Guten Morgen! Hallo, ich bin Loris von Schibetowski. Ich bin gerade im zweiten Lehrer bei Paul Forer in der Abteilung des Einkaufs. Ich werde aber noch im März zur Motorradabteilung wechseln. Ich mache meine Lehre bei der Stiftung BVZ. Das ist ein spannender Betrieb, dass man jedes Jahr den Betrieb wechselt. Zu meiner Person, ich wohne in Vellande, in Zürich. Ich gehe in die Schule in Zürich. Meine Aufgaben sind, hauptsächlich zu bestellen. Ich habe meine fünf, sechs Lieferanten bekommen, die ich selber betreue. Wenn sie Fragen haben, kommen sie zu mir, beantworte ich sie gerne. Lieferantengespräche ansetzen, also Terminvereinbarung, Protokoll führen. So mache ich alles ein. Was sonst auch noch gemacht werden muss, sind die Auftragsbestätigungen, wenn sie die Bestellung erfasst haben. Dann schicke ich sie als Auftragsbestätigung mit den Lieferterminen, Preisen. Und die pflege ich dann auch bei uns ein. Und sonst allfällige Aufträge wie Preisabpassungen ab und zu einpflegen, Excel-Tabellen für gewisse Mitarbeiter erstellen oder Preisen ausrechnen von einer Tabelle. Das sind eigentlich so meine Hauptaufgaben. Und sonst, wenn irgendjemand mal Hilfe braucht, bin ich eigentlich immer sehr gerne verfügbar. Ich helfe immer gerne. Wir haben sehr gutes Klima. Wir arbeiten viel. Aber immer wieder gibt es Spässchen und so. Ich bin immer motiviert und bin immer glücklich, um da reinzukommen.